Hi! Hi! Alles gut? Ja sicher. Bei euch? Sicher. Normal. Gut. So wen haben wir hier? TKTV. Das sind wir beide. Alles klar. Oliver und Lennart. Das finde ich gut. Wollt ihr ein bisschen erzählen, wie ihr euch hier auf heute vorbereitet habt? Quasi null, oder? Ja, wir gehen relativ spontan in so Festivals rein, in so Veranstaltungen. Ja, wir haben natürlich unseren Fans Bescheid gesagt, ne? Das ist gut. Hoffen wir mal, dass wir ein paar davon antreffen heute hier. Dann schauen wir mal. Macht ihr ein Video für später? Ne, heute nicht. Heute habt ihr frei, oder wie? Heute haben wir Drehpause, ja. Heute kümmern wir uns um unsere Fans. Das ist richtig so. Das ist die Backstage-Pflege, die ist auch sehr wichtig. Ohne das geht es eben nicht. Von wo kommt ihr? Wir kommen aus Gladbach. Manche Gladbach in der Nähe. Also um die Ecke? Eben. Eine Stundefahrt. Schön. Habt ihr Bock nachher ein bisschen Achterbahn? Na klar. Auf jeden Fall. Wenn wir dafür Zeit haben. Ja, ich glaube wir kriegen den ganzen Waggon voll. Also von uns. Finde ich super. Ja, dann würde ich sagen, guckt doch mal wer so da ist. Machen wir. Krallt euch die Fans. Ab geht. Und ich wünsche euch viel Spaß, wir sehen uns später noch. Dankeschön. Dankeschön. Ciao.